Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 3. Ja Freunde, da sind wir wieder. Wir haben das letzte Mal, ja, das Krankenhaus relativ gut gecleant, bis auf eine Etage. Beziehungsweise, ja, eine Etage mit zwei Gängen. Den Eingang haben wir schon ein bisschen angeschnuppert, da sind diese Spezialpatienten drin. Und genau die wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Mal gucken, warum die so spezial sind. Ja, so, fangen wir doch von der Seite da hinten an. So. Oh, ja, war hier Coleman drin, oder warum liegt da schon wieder eins seiner tollen Gedichte? Ach, Gedichte sind sie ja nicht, sind einfach nur Liebesschwörer an Heather. Oh, diesmal hat er ein bisschen mehr geschrieben, hat er anscheinend Zeiten zu einer Zelle gehabt. Freifließend dein ebenholzfarbenes Haar, dem Nachthimmel gleich Stifte verströmend. Mein Herz trommelt fordernd in meiner Brust, wie ein Sturm spielst du mit ihm. Dein makelloser Blick, ein Fest, wenn du lächelst. Meine Gedanken aufgewirbelt, mein Atem wie Opium. Es macht mich verrückt. Erik, ein großartiger Dichter, der meine Gefühle so wunderbar in Worte fasst. Dieser Ort hätte mir nichts ausmachen sollen. Ich hätte nie durchdrehen sollen. Aber es ist ein immenser Genuss, in meiner Liebe zu dir zu ertrinken. Aber warum willst du den Beweis meiner Liebe nicht akzeptieren? Sei jetzt bloß nicht förmlich. Du und ich, wir existieren schließlich als Einheit. Was ich dir gebe, ist das gleiche, was ich mir gebe, das ich mir gebe. Stanley Coleman, unser kleiner Poet, war ja doch ein halbes Gedicht diesmal. Ja, schöne Gummizelle hier, wirklich. Das wäre creepy, wenn die Tür jetzt nicht mehr aufgehen würde. Nee, nee, da wollen wir wieder raus. Mal gucken, was die Zelle daneben beherbergt. Beherbergt nichts, zumindest nichts Ersichtliches für uns. Und die ist jetzt offen. Das klingt, als wäre sie wichtig. Deswegen gehe ich erstmal durch diese da. Geht nicht, na gut. Wem haben wir gerade die Tür geöffnet? Wow, warum bist du denn hier drin, Schwester? Warst du eine böse Schwester? Au, ja. Ich merke schon, du bist wirklich böse. Da, und Ruhe hier. So. Du wirst hier nie wieder rauskommen, so viel ist sicher. Scheint ist hier ansonsten nichts. Deswegen gehen wir. Toll, das war irgendwie sinnlos mit der Schwester jetzt. Aber egal. Wir haben noch ein paar andere Zimmerchen vor uns. Etwas normalere Zimmer, wie wir hier sehen. Ich hoffe, die gehen überhaupt. Abgeschlossen. Ach, und da ist schon wieder ein Zahlenfeld. Wie schön. Oh, Zahlenfeld. Ja, wir haben doch das letzte Mal was bekommen. Natürlich weiß ich das jetzt nicht mehr, weil ich eine Pause gemacht habe. Moment mal. Ist da vielleicht noch was? Nee. Ach, herrje. Ich hoffe, sie hat es sich gemerkt. Mein Controller vibriert wieder, aber... Ach ja. Mir wurde gesagt, was das Parfüm bringt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Wir können das nicht nur verwenden, sondern auch ausrüsten. Soll heißen, wir können das Parfüm an uns schmieren. Was bringt das? Mehr Gegner. Beziehungsweise aggressivere Gegner. Nein, danke. Brauche ich nicht. Nee, nee, nee. Will ich nicht haben. Ja, was wollte ich denn jetzt hier machen? Ach ja, ich wollte mal bei den Notizen gucken. Ich hoffe, dass da mein Code drin ist. Ach Gott, ja. Der nimmt ja alles mit hier. Senless Tagebuch. Tagebuch, Tagebuch. Ach Gott, ganzen Tagebücher. Die Fotorückseite des Regals, das müsste es doch sein. Die 1859. Vielleicht ist es auch eine 7. Aber ich glaube eine 1. 1859. So. Also die 1, 8, 5, 9. Sie ist offen. Yes. Das war im Vergleich zu dem anderen Zahlencode ein Pipi-Spiel. Das war im Vergleich zu dem anderen Zahlencode. Da erinnere ich mich noch ziemlich gut dran. Diese Zeitschrift sieht ein bisschen pornös aus. Es ist nur ein Magazin, nur so ein Klatschmagazin. Achso, okay, aber wir lesen trotzdem daraus. Verzweiflung, Lehren, Haushoffnung. Haushoffnung? Haushoffnung, ein weißes Haus am Rande von Silent Hill. Aber hinter dem falschen Image verbirgt sich ein Ort, an dem Kinder entführt und einer Gehirnwäsche unterzogen werden. Haushoffnung wird von Wohltätigverein Silent Hill Smile Support Society verwaltet, die manchmal auch 4S genannt wird. 4S ist ein hoch angesehener Wohltätigkeitsverein, der arme Kinder ohne Zuhause aufnimmt und mit Hoffnung aufzieht. Aber im Innersten ist es eine heidnische Organisation, die ihr eigenes verzerrtes Dogma anstelle guter religiösen Werte lehrt. Mr. Smiths Aushilfskraft, der in der Nähe lebt, sagt, manchmal kann ich es nicht, ihre seltsamen Gebete und das Weinen von Kindern hören. Ich bin rüber, um mich zu beschweren, aber sie haben mich sofort verscheucht. Danach hat sich nichts verändert. Mir wurde der Zutritt verweigert, als ich versuchte, Fotos der Einrichtung zu machen. Was genau haben die Leute von Haushoffnung zu verbergen? Bei meinen Untersuchungen stieß ich auf einen verdächtig aussehenden runden Betonturm, der Teil der Einrichtung zu sein scheint. Leider konnten wir niemanden finden, der uns sagen wollte, wozu der Turm verwendet wird. Aber es scheint unwahrscheinlich, dass er etwas mit dem Aufziehen der von weißen Kindern zu tun hat. Es könnte ein Gefängnis oder eine geheime Kultstätte sein. Der Kult der Haushoffnung betreibt, wird von den Ansätzen einfach der Orden genannt. Es ist eine Religion, die aufs engste mit der Geschichte von Silent Hill verwoben ist. Aber es ist der inbrünstige Glaube der Anhänger, der sie zu den wenigen Auserwählten gehören, der eine dunkle und gefährliche Seite offenbart. Ich beabsichtige meine Untersuchung von Haushoffnung und dem dahinterstehenden Kult fortzusetzen. Ich habe den festen Glauben, dass es unsere wichtigste Pflicht ist, die ganze Wahrheit zu sagen und unseren Kindern den wahren Weg zu weisen. Josef Schreiber. Haushoffnung. Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wurde das nicht auch mal in Silent Hill 4 aufgegriffen? Oder hieß das... Nein, ich meine, das war irgendwas mit Haushoff Wishes oder so. Papiertaschentücher und ein Wecker. Hm. Die Uhr ist kaputt, aber ansonsten unwichtig. Aber das kann auch sein, dass ich das jetzt verwechsle. Irgendwie klingelt es da ein bisschen mit Silent Hill 4. Könnte wieder so wie bei Silent Hill 2, da gab es ja auch schon mal so eine Anlehnung zum Vierer mit Walder Sullivan. Aber gut, das könnte jetzt auch sein, dass ich das einfach nur da irgendwie was durcheinander bringe namenstechnisch. Aber der Orden, das haben wir definitiv schon mal gehört. Naja, lassen wir erst mal so im Raum stehen. Heather kann damit jetzt nichts anfangen. S4, da geht nichts, okay. Was ist denn das? Ein getrocknetes Rindfleisch. Ach, liegt da einfach rum, wie nett. Schön, dass in dem Flur überhaupt keine Krankenschwestern sind. Aber ansonsten ist hier auch ganz schön langweilig. Jede Tür geht nicht. Doch, S7 geht. Schön. Hab schon gedacht. Och, nö. Oh, oh, oh. Ich glaub, Coleman ist sauer. Oder? Was mit dir? Ich glaub, er hat genug davon, dass ich ihn einfach so ignoriere. Dass ich seine Liebe nicht erwidere. Okay. Das sieht irgendwie doch sehr unfreundlich aus mit der Puppe. Auf Wiedersehen, Heather. Es tut mir leid, dass ich deine Liebe nicht erwidern konnte. Es ist alles aus. Leonard verachtet mich, weil ich mich darüber lustig gemacht habe und sagte, dass es dazu kommen würde. Hätte er sich nicht eingemischt, dann könnte ich dich bald treffen. Dann hätte ich dich mitnehmen können in meine Welt. Eine Welt, nur für uns. Viel schöner als diese. Und ich hätte so sehr auf diesen Tag gewartet. Auf heute. Den Tag, an dem ich dich sehen würde. Den Tag, an dem du mich retten würdest. Heute. Heather. Nimm dich vor ihm in Acht. Leonard ist kein gewöhnlicher Mann. Leb wohl. Ich habe dich geliebt. Heather, meine Göttin. Heather. Meine Liebe. Heather. Meine. Gut scheint der letzte Brief zu sein. Was mich nicht wirklich wundert, weil wir sind ja so gut wie durch mit dem Krankenhaus. Oh, Stanley. Oh, Stanley. Ja, aber dieser Leonard, das ist ja der eigentliche Grund, weshalb wir hier sind. Oh Gott. Alter, wo kommt die auf einmal her? Boah. Alter. Das war fies. Und irgendjemand schießt hier auf mir und ich bin verdammt vibriert hier. Also, äh, es vibriert hier sehr extrem. Ey, also das war jetzt eine fiese Nummer. Nur durch diesen Brief, den ich gelesen habe, sind auf einmal die Monster da. Und nicht mal das Rad hier hat ausgeschlagen. Auf einmal waren sie einfach da. Ey, ey, ey. Mach doch sowas nicht mit mir. Komm, dann nehme ich mir gleich einen Arztköfferschen. Das war eh so blutrot. So, wahrscheinlich hinter mir, oder? Das schießt doch... Oh Gott. Okay, das ist klar. Und wir bleiben fapfap mit unserem Katana hier. Komm, die eine könnte sich mal hinlegen. Das wäre ganz nett. Jetzt nur noch die da. Heather, dreh dich mal ein bisschen zu hier. Das ist unhöflich. So. Na, komm. Boah, da kommen sie gleich von allen Seiten hier. Diese Mistgurken. Ach, da ist noch eine, oder? Es hat doch noch eine geschossen. Ja, anscheinend von der anderen Seite. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Die Musik bleibt nämlich auch noch. Irgendeine schießt doch hier noch rum. Anscheinend doch nicht. Oh. Nee, nee, nee. Briefe können tödlich enden. Vor allem, wenn sie von Coleman geschrieben wurden. Und ich habe noch den Gang als Ruhig. Ach, ich sollte am besten meine Klappe halten. Das ist nicht gut, was ich da mache. Nee, nee, nee. So. Ach, das ist doch alles hier fies. Doch, S12 geht. Und hier ist es relativ ruhig. Oh. Ich sag besser nix mehr. Mendo. Ist ja nur das Telefon. Mein Gott, wer ruft denn an? Hey da. Das Telefon. Das Telefon. Hallo? Claudia? Nein, ich bin nicht... Oh, don't lie to me, Claudia. You're always trying to run from your responsibilities. Have you come to apologize? Or maybe you still don't realize how foolish you've been. The salvation of all mankind. God! What a ridiculous dream. Wait, just listen to me for a second. I've heard enough from you already. How did you turn out this way? Where did I go wrong? Listen to me already. I'm not Claudia. I'm not Claudia. You're not Claudia? My name is Heather. Heather. Who are you? Leonard Wolfe. I'm sorry. I thought you were my daughter. I thought you were my daughter. Claudia is your daughter? Oh. So you know her, do you? Are you one of her followers? No. Never. When I find her, I'm... Oh, I can feel the hatred. What? Behind your words. The anger. Claudia, you plan to kill her, don't you? I... I... I'm sorry. But... She... She killed my father. She's a fool. But she's still my daughter. I was going to forgive her. If she changed her ways. But I see it's too late. Heather, will you help me? Help you? I'm locked up in here. And I must stop Claudia. Where are you now? I'm not sure myself. But the door is at the end of the hall on the second floor. I think I can be of help to you. I have a seal. Please. A seal? The end of the hall on the second floor. The end of the hall on the hall on the hall on the hall. Es gibt nichts interessantes im Bett. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Was ist denn das für ein komischer Effekt hier? Seht ihr das? Was soll denn das darstellen hier? Na, ich weiß es nicht. Ja, ähm... Ja, doch sehr überraschend, das Telefonat. Das kann ich Claudia das nächste Mal dann vorhalten, wenn ich sie sehe. Ach, ja, übrigens, ich habe mit deinem Vater gequatscht. Wir sind auf einer Seite. Ähm... Ja, ansonsten kommen wir hier nicht weiter. Wundert mich auch nicht großartig. Wir sind ja auch schließlich momentan noch im dritten Stockwerk. Aber ich teste hier diese Tür mal. Nein, da tut sich nichts. Und da natürlich auch nichts. Wer hätte es gedacht? Okay. Ein kurzer Blick auf die Karte, der mir sagt, dass wir alles haben. Wunderbar. Und dann heißt es wohl, nochmal eins runter. Ich werde aber nochmal speichern gehen, denn ich glaube, was jetzt kommt, könnte heftig werden. Also, ich kann mich an die Begegnung von Lennart gar nicht mehr so richtig erinnern. Aber ich weiß, dass allgemein da noch richtig kranke Scheiße uns erwartet. Und da fühle ich mich besser, wenn wir das Ganze mal speichern. Denn wir waren schon ab und zu dem Tote relativ nah. Ja. Aber wir haben uns ja immer rechtzeitig geheilt hier. Es macht aber echt Spaß, mit dem Katana rumzurennen, muss ich sagen. Klar, wir kassieren immer wieder Schaden. Müsste vielleicht nicht sein, wenn man, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen mehr ausweicht und so. Aber, ach Gott. Und wir sparen schön Munition für die richtigen Happen, die wir eigentlich nicht machen, weil wir dann wegrennen. Aber egal. So, auf dem Dach waren wir ja auch schon. Also, nichts wie los. Wir gehen sofort zum eigentlichen Ziel. Und am Ende des Flures fällt jetzt nur natürlich dieser eine prägnante Flur hier ein, da hinten bei M6. Da ist aber nichts eingezeichnet. Ich glaube aber, das ist normal. Davon darf man sich nicht beirren lassen. Schauen wir doch mal. Alles ruhig. Und tatsächlich, da ist eine Tür. M. Einfach nur M. Die war vorher noch ich da. Das verwette ich mit euch. Die ist neu. Genauso wie das Gebiet jetzt. Und von dem haben wir natürlich keine Karte. Egal. Noch ist es überschaubar. Dankeschön. Was für ein Service. Das ist nicht so freundlich. Okay. Das ist ein labyrinthartiger Gang. Ich dachte, ich soll da rein, aber was? Okay. Ich soll da rein. Ja. Wo führt der mich hin? Wo wird es enden? Tja. Wir wissen es noch nicht. Wir wissen es noch nicht. Da ist eine Tür. Sehr gut. Was haben wir auf der Seite? Nichts. War ja klar. Okay, dann ab mit uns. Kommt mir sowieso nicht ganz koscher vor, die Gegend hier. Es geht weiter. Okay. Ja, durch den Kamerawechsel läuft die gute, auch ganz gerne mal gegen eine Wand oder aus Versehen in die falsche Richtung. Hat da was geblinkt? Nee, doch nicht. Okay. Items blinken ja in diesem Spiel auch eigentlich nicht. Sakasé. Können wir noch hier lang gehen? Zu. Toll, ich gehe jede Sakasé ab. Okay, wie freundlich. Dann könnte es bei dem einen eventuell aufgehen, wenn ich dran latsche. Nein. Hä? Moment, jetzt bin ich verwirrt. Oh, ne, jetzt bin ich verwirrt. Moment, von da kam ich. Was war hier jetzt nochmal? Bin ich hier richtig oder laufe ich zurück? Ich bin falsch. Toll. Was ist das für ein blöder Gang hier? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich hier schon mal Probleme hatte. Och, Mensch. Und durch die Kamera verwirre ich mich noch mehr selbst. Das ist ja schlimm. So, nochmal hier gucken. Ah, hier geht's auch. Sag das doch gleich. Sind wir wieder richtig, denke ich mal. Es gibt ja nur den einen Weg. Weiter geht's. Hier? Nein. Dann hier. Naja, es haben mich hier keine Gegner überrascht. Okay. Zurück komme ich nicht. Ich habe es verstanden. Wow. Naja. So viel zum Thema speichern. Dieses Bild. Der Kopf tut mir nicht weh, wenn ich es mir anziehe. Aber ich kenne es. Es muss... Ach, Hedda. Sag's doch einfach. Oh. Oh. Was zum Teufel? Habe ich mit offenen Augen geträumt? Nein. Es war eher wie ein Video in einem dunklen Raum. Aber diese Krankenschwester, ich kenne sie. Lisa. Die mich so himmlisch behandelt hat in diesem höllischen Krankenzimmer. Obwohl sie manchmal schon etwas seltsam war. Oha. Das ist uns natürlich auch nicht fremd. Das Video. Wir haben es gesehen. In Zahlen Till 1. Und diese Erinnerung. Sehr interessant. Dass Hedda sich an das erinnern kann. Ja. Ein Speicherpunkt war es also doch nicht. Es war nur eine sehr interessante Rückblende. Unsere Protagonistin erinnert sich immer mehr und mehr. Und jetzt... ...haben wir immer noch keine Karte von diesen Gebieten. Das sieht nicht gerade einladend aus. Ich möchte einfach mal behaupten, wir sind mal wieder in der Other World. Okay. Du machst mir nichts, ja? Das ist ekelhaft. Schaut... Schaut euch mal diese Wände an. Die wirken auch gar nicht schon fast, finde ich. Das ganze Ding... Was dreht der? Warum dreht der? Oh Gott. Wie bizarr und krank. Da, eine Krankenschwester. Schaut mal, wie das Blut an ihrer Haut sich immer mehr verläuft. Hey, da wird man doch krank, wenn man da zu lange hinschaut, oder? Guck mal jetzt. Oh, das wird immer roter. Beziehungsweise, ne, es verschwindet wieder und wird dann wieder... Oh. Das sind Dinge, die man sich eigentlich nicht so genau angucken will. Oh, meine Fresse. Oh Mann. Jetzt ist die Kacke so richtig am dampfen. Schaut euch das an. Wir haben jetzt auch wieder die Karte. Wir sind definitiv in der Other World des Brookhaven Hospitals. Und diesmal ist die Other World wirklich visuell ein Augenschmaus. Also im kranken Sinne. Aber auch im... Ich meine, schaut euch an. Schaut euch diese Wände an, wie das aussieht. Ich glaube, viel unwohler kann man sich hier nicht fühlen. Aber ich kann euch so viel versprechen. Wir werden uns trotzdem hier absolut in Ruhe umschauen. Oh mein Gott. Ich finde das so geil gemacht. Also im Vergleich zu den anderen Teilen, die sie da, diese Other World, präsentiert haben. In Silent Hill 3 ist es ihnen definitiv am heftigsten gelungen. Brauche ich wohl nicht zu checken. Wenn möglich, fasse ich sowas lieber nicht an. Sieht aus, als ob ein Stück Fleisch oder so auf dem Boden liegt. Oh mein Gott. Wisst ihr was? Wir werden uns diese kranke, kranke Welt das nächste Mal noch genauer anschauen. Denn ich sehe gerade, ich bin hier an ein paar Räumen vorbeigelaufen. Das werden wir natürlich nicht zulassen. Also, im nächsten Part dann The Other World, und zwar so richtig genial im Brookhaven Hospital. Bis dann, wenn es wieder heißt Let's Play Silent Hill 3.